Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Gleis Thunder Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Vitae Company Simulator. Perfekt. Wir machen mal hier auf auf. In der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen die Kleidung geändert. Ja, genau. Und wir haben auch neue Kleidung eigentlich. Gäbe es, kurzes T-Shirt, genau. Okay, das geht anscheinend nicht dort. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich hier irgendwie... Ja doch, es müsste... Ja, wo soll ich dich hintragen? Hä, ich kann ihn ja nicht mal auswählen. Na geil. Ach so, ich... Das ist ja für die Kla... Boah. Das ist ja für die Kasse. Äh, Wechselgeld. 9, 5... Äh... 25. In der Sosina zu viel. So. Werde sehr. Tschüss. Besuchen Sie uns bald wieder. Sonnenuntergangsmotiv nicht. Ah, das hier. Da brauche ich tatsächlich... Oder ist es das? Ah ja, das ist das. Hä, das gibt es doch, du... Du blindes Huhn. Oder warte, kann man das nicht kaufen, weil... Das, gell. Unverbindliche Preisempfehlung 20. Warum steht denn da 22,90? Hä? Ja, hier ist richtig. Wartet kurz, Leute. Ah, okay. Wartet, ich muss hier mal kurz... 20 einfach mal auf 20. So, jetzt müsste es richtig sein. Okay. Moin, moin. Ich bin ja schon da. Zack. Oh, immer die mit dem Geld. So. 62. Junge, was zur Hölle. Okay. Einfach 1 Cent weniger. Wenigstens zahlen die mit Karte, ey. Yo, 52. Wir werden reich. So, gut, was los hier, ne? Bitte sehr. 28. Äh. 80. So. Zack. 50. Moin, moin, moin. 23. Äh. 45. So, und jetzt sind wir auch wieder fast ausverkauft. Also, wir brauchen einmal... Was ist das? Ach, Hemd. Ja. Gut, warte, wir gucken mal kurz. Also, einmal Markt. Das. Das. Ja, pink brauchen wir. Das. Ja, und... Ja. Blau haben wir noch einmal. Ja, das reicht eigentlich noch, oder? Ja, wir bestellen einfach was jetzt. So. Also, einmal der. Einmal das Weiße hier. Zack. Und dann einmal dieses Pinke. So. Zack. So, jetzt bin ich wieder an der Kasse. Zack, zack. Jo, 51. Danke, dass Sie mit Karte zahlen. Ein Türm muss warten, weil die Kasse nicht verfügt, weil sie... Eine zu lange Schlange. Ja, sorry. Äh, 74. Viertelser. Die Zeit wieder mit Karte, das ist super. Danke. Hä? Ach so, die 9 fehlt. So, bitte. Zack. 6, 7, 8, 9. Zack. Okay, endlich. Ähm, gelb brauchen wir wieder. Und grün, würde ich sagen. Gelb und das hier. Und zack. Und zack. So, jetzt kassieren wir hier immer mal kurz die ab. 16, 10, so. 51, 89. 20, 20. So, okay, jetzt können wir hier nochmal kurz gucken. Das ist alles aufgefüllt. Ja, passt eigentlich soweit. Können wir mal gucken, ob wir eine neue Lizenz kaufen können. Äh, wir können tatsächlich eine neue Lizenz holen, nämlich einmal weißes T-Shirt, T-Shirt mit Vogelmotiv. Kaufen. So, dann gehen wir hier in den Markt rein, kaufen einmal die zwei Sachen, kaufen wir hier einmal zwei Kleiderschränke und dann müssen wir den nächsten Tag machen. Also, 105 Dollar haben wir gemacht. Geil. Dann wieder öffnen. Achso, ich muss das ja noch bestellen, ne? Kaufen. So. Ähm, machen wir doch mal hier hin, würde ich sagen. Zack. Upsack, so. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Machen wir einmal 20. Und hier machen wir auch einmal 20. So, perfekt. Dann nehme ich hier auch einmal alles da am Start. Was ist das für ein Produkt? Gablescoaches T-Shirt. Ah, das hier. Okay. So. Zack. 51, 8, äh, 89, so. So. Zack. Perfekt, dein Laden ist aufgestiegen. Kann ich irgendwas Neues kaufen? Gucken wir direkt mal noch. Nö. Okay, wir brauchen Level 4, haben wir. Ach doch, wir können tatsächlich was Neues kaufen, wenn wir 400 Dollar Wonis haben. Okay. Und da zeichnete Verträge. Ja, ich habe ja jetzt sehr viele Verträge, ne? Okay, also es stehen nur noch ein von dem hier und dann noch zwei von denen und dann haben wir auch schon wieder alles, ne? Dann ist auch schon wieder hier, die Video ist vorbei von diesem Spiel. So, was brauchen wir Neues? Blau. Oh, Rot. Rot, Rot, ist ganz wichtig. Was noch? Rot, Pink. Äh, und Blau. So, wir müssen jetzt hier ganz schnell rot. Alarm, Alarm, Alarm. So. Okay. Kommt zu euch. Moin. Hier, äh, 47. Punkt 80, zack. 40, 45, 45, oh, so, 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 ein noch und dann 10 und dann hat sich der Lack. 25, 45, man, irgendwie macht er eine Zahl manchmal nicht. Naja. So, jetzt muss ich hier mal kurz auffüllen. Also einmal Pink auffüllen. So. Blau einmal auffüllen. Perfekt. Okay, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abbot, ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Programm vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hab'n Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Tschau, tschau. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017